Annapurna Interactive B12 Vitamin Dieses Spiel verwendet eine automatische Speicherfunktion und Stray lässt sich am besten mit einem Gamepad spielen. So, und damit auch auf YouTube herzlich willkommen bei Stray, dem Kadsenspiel mit süßen Kadsen. So, es tut mir leid, aber... Hi, ich bin auch dabei. Ich bin's, ein süße Kadser. Miau. Miau. Geil. Hier, zur Identifikation ist hier mein Po-Loch. Bitte rieche daran, damit du weißt, wer ich bin. Und hier sind noch ein paar Haare. Hier ist noch Winterfell... Naja gut, da ist nicht mehr viel übrig, aber... Gut. Ich geh am besten direkt rein. Ich schau nochmal schnell in die Einstellung, das will ich nochmal machen. Audio, die Grafik nochmal schnell hochdrehen. Das sieht alles fantastisch aus. Effektequalität hoch, hoch, alles hoch, alles hoch. Prima. Das geht alles hoch, wie mein Schwänzchen, wenn ich Möbelstücke besprühe, weil ich mein Revier markieren will. Miau. Oder warte, warte, warte. Ähm... Schnurren. Gut. Ich hör... Ich hör schon auf. So, Bewegungs... Was ist denn das? Hahaha. Hahaha. Bewegungs... Entschuldigung. Ist einfach... Ist so ein Witz unter uns Gamern. Bewegungsunschärfe immer erstmal einschalten überall. Hahaha. Gut, das nehm ich mal raus. Aber Schärfe an sich, das passt ja auch zu euch. Äh... Die lass ich mal drin. Grafik, Speicherauslastung 0,3. Das ist aber schon gefährlich am Limit. So, okay. Kategorie ist gewechselt. Audio ist gut. Gameplay wird fantastisch. Ich lass erstmal alles drin, wie es ist. Änderungen übernehme. Die übernehme ich gerne. Und wir starten ins Spiel. Neues Spiel. Und starten das Spiel. Au. Moment. Tschüss. Töne. 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 Mauns, 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 okay, dann, das war das Intro, jetzt haben wir alles gelernt, hallo, äh, mit Y, was kann ich machen mit Y? Oh, hör doch auf, was? Was? Oh, wie süß ist das denn? Darauf war ich nicht, und jetzt lecken die sie doch, ich bin darauf nicht gefasst, warum ist das so süß? Ich dachte, wir sind aber eine Katze in Cyberpunk und springen rum, warum ist das jetzt auch immer so süß? Ich meine Hardcore, männliche Männersachen, Autofahren, Formel 1, Öl-Gemälde, Öl-Pfützen. Oh Gott, oh Gott, ich muss die heute mal ausmachen, hab ich vergessen. Oh, ist das süß! Das ist ja süß! Ich möchte am liebsten einen Scheberteller mit einer brennenden Kerze hinstellen, während ich im Abendkleid auf einem Klavier spiele für meine Katze, mit einem Stück Dill drauf. Schnurren! Schnurren! Aber ganz ehrlich, bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Ich bleib drin. Wo geht's denn hier hin? Oh! Okay. Oh, warte mal. Das sind vier. Und wir können maunzen. Mhm. Leute, ich hab noch nichts gegessen heute. Ich hab echt Hunger. Ich hab so Hunger. Ich hab so Hunger. Ah, jetzt... Ach, guck mal, jetzt schlafen die alle? Ich... Okay, wir müssen auch schlafen, ich weiß, aber ich will noch mal kurz... Wir wohnen hier in irgendeinem großen Senkbecken, glaub ich, ne? Aber wie sind wir denn hier hingekommen? Ah, ich seh schon. Wahrscheinlich müssen wir ja auch wieder wegkommen. Okay, ich leg mich erstmal dazu. Wir sind eine Familie. Oh, ist das süß. Oh, ist das so süß. Wir sind ein bisschen mit, ich bin unser Kind. Mama, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Was sind ein Kind. Aber ich bin drin. Damit hast du schon gedacht. Das ist schön, was ich... Hey, Chef, was los? Mauns, das Schutzgeld der Menschen geht uns aus. Innerhalb der Mauer. Wie cool das einfach aussieht. So, ab auf die Jagd, oder was? So. Gut, da sind wir jetzt. Katzen-Gang. Wupp. Da ist die Katzen-Gang am Start. Was machen wir jetzt Schönes? Drücke B, um zu miauen? Klar. Wie springe ich? Gar nicht? Ah, alles klar. Ich muss erstmal sehen, wo ich springe. Ii, 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 Wasser. Ii, Wasser, ii, ii, Wasser, ii, ii, ii. Ich muss erstmal sehen, wo ich springen kann, bevor ich springen kann. Verstehe. Ich kann nicht einfach wahllos durch die Gegend springen. Komme ich da hoch? Natürlich kommt... Oh, wie gut das aussieht. Oh, sieht das schön aus hier. Ich trink mal kurz was. Ich hab echt Durst. Reicht. So. Oh, wie schön das hier aussieht. Okay, wir hätten da eh nicht lange gekonnt. Verstehe. Na? Hm? Was ist denn los? Ich mach nochmal Y oder was? Nee, doch nicht. Oh, Tauben. Die waren so lecker. Alter. Unverschämt, wie gut das aussieht. Ja. Ja. Da mach ich aber mit. So, Sprünge ver... Halte A, um Sprünge zu verknüpfen. Ähm. Ich halte A. Aber es passiert nichts. Ich muss erstmal sehen, wo ich hinspringe, ne? Okay. Ach, die Sprünge hier soll ich verknüpfen. Aber... Ah. Verstehe. Ich wollte eigentlich da runterspringen und den Sprung verknüpfen. Aber das ging nicht. So. Maps. So. So. Hier ins Wasser rein. Passiert aber nichts. So. Da geht es aber wieder hoch. Ja, ja. Ich komm ja. Ich will mich nur... Ich guck nur ein bisschen, ne? Ich guck mich nur ein bisschen um. So. Mit unserer Horde. Oh, wie cool das ist. Miau. 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 Äh, ha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um etwas anzuschauen. So mal, Katze. Kannst du mal... Entschuldigung, ich hatte gerade eine Katze in der Kamera. Ist das eine gute Idee? Na gut, ich bin auch keine Katze, ne? Oh Gott. Oh Gott. Hm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 was? Oh no! Aber, aber sie lebt, ne? Sie lebt, ein bisschen geschrammt, aber... Beeil dich, Ladebildschirm! Warum dauert der so lange? Ähm. La, la. Oh nein, die maunzen jetzt nach uns, ne? Oh nein, oh, Beinchen gebrochen. Oh nein. Ist das Beinchen gebrochen? Oh nein, hingefallen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, CADE Benson! Oh nein, du bist! Oh nein. Wehe, der geht's nicht gleich wieder runter. Okay, da hinten ist aufgegangen. Ganz kurz Fuß schleckern. Oh, wir humpeln nicht mehr. Wir können aber auch nicht mehr rennen. Okay, es scheint wieder ein bisschen zu gehen. Trinken will ich hier unten nicht. Das sind so, das ist so eine alte Kanalisation hier, ne? Motoröl. Okay, schnell durch da. Oh. Totenstadt. Das klingt einladend. Boah, sieht jetzt cool aus hier. Alter. Ich will hier auf keinen Fall wohnen. Kann ich hier irgendwie da hoch? Ne, ne? Ne. Ich will ein bisschen rumprobieren hier mit, äh, was wir können, was wir nicht können. Aber zum Glück, das Beinchen ist wieder geheilt. Das Beinchen ist einfach wieder da. Aber alter, wie geil es hier einfach aussieht, ne? Unnormal gut. So, kann ich da? Ja, okay. Oh, ist das süß. So. Komm ich da rüber? Nee. Ich hoffe, wir müssen ja wieder runter, ne? Oh. So. Ich schau mich erst mal ein bisschen um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht aus wie Braunschweig-Weststadt. Was steht da? No Escape. Okay. Aber was mit den Menschen passiert? Das ist kein Mensch. Also wenn es überhaupt mal welche gab. Ach, stimmt. Natürlich gab es hier keine Menschen. Ist ja nicht die Erde. Weil hier ist ja auch ganz andere Schrift und so, ne? Das spielt ja gar nicht auf der Erde. Oder wenn, dann vielleicht... Vielleicht gibt es die Menschen dann schon lange nicht mehr. Wobei doch, hier ist auch, hier ist auch, guck mal, hier. Only. Human, personal, only. Okay. Also gab es mal Menschen und die sind... Ausgestorben. Oder wurden eliminiert. Okay. Die Frage ist, will jemand Hilfe oder kriegen wir da Hilfe? Oh, wie gemein. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen da hinten, ne? Okay. Können wir hier auf die Säcke drauf? Nee, ne? Komischerweise nicht. Auf das Ding hier oder auf das Ding? Bäh. RIP humans, no escape. Ah, wir können doch da hoch. Okay. Ich bin manchmal nicht sicher, ob man da hoch kann oder nicht. So. Und ich bin aber auch nicht sicher, ob man da Hilfe kriegt oder nicht. Follow me. Ist das eine geheime Katzengesellschaft? Oder ist das, äh, ist das eine Falle? Von sehr intelligenten Labormäusen. Die Rache an Katzen nehmen wollen. Weil Katzen, so süß sie auch sind. Ja. Aber wir wissen, manchmal spielen die einfach gerne mit ihrem lebendigen Futter, dass sie dann einfach nicht mehr anrühren. Wenn's tot ist, macht's ja keinen Spaß mehr. Okay, ich geh da mal rein, ja? Das halte ich für eine gute Idee. Ich hab sehr gute Reaktionsfähigkeiten. Äh, ich krieg das auf jeden Fall hin. Türen gehen auf jeden Fall nicht. Da nach oben komm ich auch nicht. Gibt's hier irgendwo einen Button? Was ist denn das? Ach, wir können Sachen... Oh, wie süß. Die Katze hat ein Eimerchen. Oh, wie süß ist das denn? Ich mag ein bisschen Thunfisch haben, bitte. Mauz, mauz, mauz. Oh Gott. Oh Gott. So. Rutsch ich da runter? Nee, ne? Okay. Äh, äh. Paint. N-natür- Ich mo- Oder? Das geht gar nicht anders. Das- das muss man machen. Es könnten ja auch die teuren Vasen im Regal sein. Erstmal unschuldig tun. Und dann... Ich mein, man muss ja auch weiterkommen, ne? Sonst wären wir hier nicht rübergekommen. Oh, wie kommen wir denn sonst... Wie kommen wir denn hier jetzt weg? Äh, so. So, Katsü. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer wo... Wer will denn hier... Kommen wir da rein? Wir kommen da hoch, aber von da aus nicht weg, ne? Also momentan habe ich das Gefühl, wir müssen einfach immer nur gucken, wo wir hinspringen als nächstes. Ah, follow me. Guck mal, da geht's irgendwie rein. Just follow me. Kommen wir da drüben hoch? Nee, ne? Kommen wir da drüben irgendwie rüber? Auch nicht. Wie kommen wir denn da runter? Alles klar, ich sehe schon. Komme ich da hoch? Nee. Da sind diese... Okay, warte. Ich gehe kurz hier rüber. Und dann einmal hier rüber. Der Taubenschutz ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Dann gehen wir hier rüber. Mauzen einmal. Jetzt noch gucken, was passiert ist und dann... So. Und jetzt schön in die Scherben rein. Gute Idee. Was soll schon passieren? Oh, wir haben jetzt ganz blaue Pfötchen, oder? Nee. Doch! Uh, auf den Teppich rumlaufen. Ja! Warte. Aber noch ein paar Mal durchlaufen, weil das echt Spaß macht. Uhuhuhu! So. Ist vielleicht eigentlich mehr ein Hundeding, weiß ich nicht genau. Kenn mich auch nicht so aus, aber... So. Und dann jetzt hier nochmal Füße abwischen. Hä? Als ob... Schnurr, 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 schnurr. Und eigentlich, ja, erstmal beim guten Teppich natürlich, oder beim Sofa. Oder... Am besten durch die dünne Hose, mitten ins Bein rein. Ah, das wird gut. Ah, oh, angenehm. Mmh. So. Okay. Ganz kurz, auf dem Sofa geht's auch, ne? Oder? Nö, da geht's nicht. Schade. Hä? Ist das Among Us? Das Männchen sieht aus wie Among Us. Aber ich glaube, das sind... ...irgendwelche Pläne zur Weltübernahme. Ach, guck mal, da oben auch. Aha. Irgendwelche Viecher. Waren das die einäugen, die gerade... ...die gerade weggelaufen sind? Was? Oh, schnell mal was trinken. Sind wir noch... Wir sind noch ein bisschen schmuddelig vom Fall vorhin, glaube ich, ne? Der Teppich wird sich daran erinnern. So, kurz was trinken. Wir brauchen... Wir brauchen alle Kräfte. So. Hier war ein Spiegel. Kommen wir da hin? Ne. Mano, warum nicht? Warum nicht? So sah mein erster, selbstgekaufter Fernseher mal aus. 4 zu 3. Riesiger Klumpen. Sehr schwer. Okay. Wir wissen halt immer noch nicht genau... Oh, hier ist allgemeines Star Trek-Verbot. Schade. Äh, wir wissen immer noch nicht genau, wer eigentlich dahinter steckt, ne? Und jetzt haben wir einen Point of No Return. Okay. Mja, miau, 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 miau. Unhaltbar. Entschuldigung. Okay. Was sind denn das für Viecher? Die sehen so stromerzeugend aus. Guck mal, das Ding hier ist angegangen, als die weggelaufen sind. Oh, warte. Das ist sehr wichtig. Ich hätte gerne noch ne Katze, äh, ne Taste, wo ich mit der Foto irgendwie so mache. Das hätte ich gerne. Wo ich Sachen vor mir einfach wegwischen kann. Da schon wieder und... Höh! 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 Anders geht's nicht. Höh! Was ist denn hier nur passiert? Ich verstehe, warum es Totenstadt heißt, aber was ist denn nur passiert? Werden wir jetzt rausfinden? Höh! Was ist nur aus der Weststadt geworden? Da kommen wir auch nicht drauf? Ne. Okay, wie kommen wir denn hier jetzt wieder weg? Wobei, erst mal ein bisschen rumschauen. Ich hätte gedacht, wir können auf den Mülleimer da drauf. Das geht aber nicht. Aber vielleicht ne hier rüber? Warte mal, ich guck mal kurz was. Da kommen wir auch nicht drauf. Ne. Schade. Äh, da ist ein zweiter Mülleimer. Da kommen wir drauf. Okay. Warte. Und dann hier rüber. Okay. Weiter geht's. So. Huch! Aber wo sind die drei anderen? Frage ich mich natürlich auch, ne? Wo sind unsere Katzi-Freunde? Ähm. Das sind doch die Viecher vom Poster. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. E, E, E. Get the E. E, E. Wah. Weg von mir. Ihr alten Titten. Oh, nee. Ah. Was ist das? Wo soll ich denn da nach oben? Da geht ein Pfeil nach oben, aber wo soll ich da hoch? Hab ich nicht gesehen. Was sind das für Viecher? Die sind aus wie... Die sehen ein bisschen aus wie süße Headcrabs, oder? Ich hoffe, ich muss den ganzen Weg machen. Oh. Oh. Ich hab nichts gesehen. Lass mich raten, wir müssen den ganzen Weg machen. Wie... Oh. Äh. Wiederliches. Gezücht. So, ein paar Haken schlagen. Oh, 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 oh. Runter von meinem preisgekrönten Fell. Ah, da einfach. Das habe ich nicht gesehen. Okay, es war so einfach, dass ich es aber nicht gesehen habe. Ich dachte so, in meinem Kopf so, oh, ich muss jetzt links irgendwo hoch. Ach so. Ups.